Hey Kinders, was geht bei euch? Ja, willkommen zu einem weiteren Top 10 Video. Heute geht es um die Pro90. Und die Sache ist natürlich wie immer gepartnert mit... Skinny Baroni, Pepperoni, unserem Partner. Skins kaufen, verkaufen. Ihr kennt die Seite mittlerweile ja. Wer sie noch nicht kennen sollte, kann sich gerne mit meinem Code anmelden oder über meinen Link. Wir fangen direkt mit dem 10. Platz an, da liegt die P90 Trigon. Ich drehe ihn einmal komplett rum. Die orangenen Stellen sehen mitunter leuchtend aus, was mir gut gefällt. Vom Preis her geht es hier sogar schon ganz gut zur Sache eigentlich. Dafür, dass es ein 10. Platz ist. Da haben wir oft erstmal nur Cent-Beträge meistens. Aber hier haben wir direkt schon dicke oder mitunter dicke Euro-Beträge. Wir schauen mal kurz, was das Ding in MW so kostet. So, 5,50 Euro. Ah, Platz Nummer 9. Da liegt die P90 Offworld mit diesen Einritzungen. Da muss man schon genau drauf achten. Ace King Toxic, hier so eine Fratze. Auf der anderen Seite sind die Einritzungen auch, aber gespiegelt. Schon eine schicke Farbe, ne? Cell Shader-mäßig hier mit den Kratzern drin. Cell. Und hier ist der Preis wiederum so, wie man ihn eigentlich erwarten würde. Da weiter unten noch in der Liste, beziehungsweise oben eben. 8 Cent, 10 Cent, 15 Cent, 50 Cent hier bei Minimalware. Okay. In Stead Track, guck mal, sogar in Minimalware schon. 46 Cent mit Stead Track. Geht schon gut, klar. Platz Nummer 8 incoming. Da habe ich die Death Grip liegen, wie ich sehr cool gezeichnet finde. Also die Finger. Ich finde, Hände und Finger sind generell schwer zu zeichnen. Also ich bin jemand, der auch überhaupt nicht zeichnen kann. Also gar nicht. Für mich ist eigentlich alles schwer. Aber wenn man sich so umhört, heißt es immer, ja, Hände und Augen werden irgendwie schwierig. Ich finde, das sieht auch schon ganz gut aus. Der Preis ist hier auch direkt etwas stattlicher. Zumindest, wenn man schick Aussehende haben möchte in Factory Menü. Aber auch in Minimalware und so weiter geht es noch. Die Waffe hat aber auch noch ein cooles Gimmick. Und zwar ist sie in Abgenutzt. So. Und das ist natürlich nice, dass man jetzt dann eben die Knochen nur noch hat. Weil das Fleisch abgenutzt ist. Da muss man sich dann natürlich entscheiden, welche einem besser gefällt und dann dementsprechend einkaufen. Siebter Platz. Da liegt sie, die allseits beliebte Asimov in P90 Form. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen, ne? Die Farbkombo ist es halt einfach, die der Skin so fantastisch macht. Auf der P90 irgendwie nicht so, wie es halt auf anderen Waffen wirkt. Und bei den Preisen erkennt man auch direkt den Wert der Asimov. Hier ist nämlich dann schon einiges draufzulegen, vor allem in FN. Ist ja noch was Steady-Trackiges dabei. Acht Euro, aber in Battlescared, okay? Das Aussehen geht hier aber auch noch klar. Selbst in Battlescared. Aber wie sieht das auf dem sechsten Platz aus? Da haben wir die P90 Chopper und hier ist sogar ein Chopper-Sticker drauf. Nice, krass, wie riesig der da drauf ist, Alter. Ist nicht immer sonst viel kleiner. Hier nochmal eine ohne Sticker. Nur um den direkten Vergleich zu sehen. Flammenoptik ist natürlich immer schick. Die Preise sind auch hier bei der Chopper angemessen, würde ich sagen. In Minimoware 70 Cent. Richtig nice. Factory New 1,37 Euro. Also da kann man zugreifen, denke ich. 69 Cent in dann noch deutlich besseren Wehr als hier drüben. Also wenn man ein bisschen vergleicht, kann man da wirklich Schnäppchen rausziehen aus der ganzen Geschichte. 85 Cent in einem guten Minimoware. Mhm, mhm. Ja, auch wieder besseres Angebot. Nachschauen lohnt sich hier auf jeden Fall immer. Auf Platz Nummer 5 liegt die Emerald Dragon mit dem lustig dreinschauenden Drachen. Die war oder ist nach wie vor richtig viel wert. Da hatte ich mich damals schon stark gewundert, dass das Ding so einen hohen Wert hat, weil der Drache jetzt nichts Besonderes ist, finde ich zumindest. Also das sieht ganz gut aus, auch irgendwie lustig. Aber dass es jetzt zu solchen Preisen kommt, hat die, allein die Optik jetzt, finde ich zumindest nicht sehr verdient. Da gefällt mir persönlich der vierte Platz ein bisschen besser. Denn da liegt die P90 Grimm. Ich nehme an, dass mir selbst das Motiv und die grünen Töne einfach besser gefallen. Der Grimm Reaper, wie er da steht und seine Seelen oder was weiß ich, aussendet Richtung Fistung der Gegner. Und preislich steht die richtig gut da. Guck mal, Factory New 76 Cent. Batsch. Für den Preis kann man da wirklich bedenkenlos zuschlagen, also wenn einem das Teil gefällt. Nach StatTrack kann man natürlich auch schauen. Da hat man dann hier halt einen Euro oder drei Euro. Aber so alles in allem geht die schon noch. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Leute, wird natürlich noch der Gewinner angesagt, das letzte YouTube Giveaways. Und zwar derjenige, der die Neon Rider gewinnt. Es ist Angrab. Viel Spaß mit deinem Skin. Schreib mir bitte hier unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann werde ich dich nach deinem Trade-Link fragen. Und ja, dann schickst du mir den auch nochmal, bitte auch wieder als neuen Kommentar. Und schon ist dieser Skin dein. Gut, weiter geht's. Jetzt kommen dann wieder die Vorderen drei Plätze. Ihr könnt raten, was bei mir auf diesen drei Plätzen steht. Hier oben seht ihr einfach nochmal alle. So in Miniaturansicht. Was habe ich noch nicht genannt? Und was wird wohl weiter oben stehen jetzt auf drei, zwei und eins? Platz Nummer drei. Die Death by Kitty liegt auf dem dritten Platz. Ziemlich durchgepeitschter Skin. Den ich auch schon in meinem letzten Top-10-Video von vor über einem Jahr, glaube ich, auch hier auf Platz drei oder zwei hatte. Fast schon ein bisschen zu bunt. Ja, okay, mag sein. Aber trotzdem noch nice. Und da ist sogar der von Nightmare Before Christmas am Start. So. Am Preis kann man auch direkt feststellen, dass das Teil ein bisschen besonders ist. 90 Euro. Holla die Waldfurt. 220. Das sind übrigens alle, die gerade verkauft werden. Dieser Haufen, den man hier sehen kann. Da unten das Stückchen noch. Muss man aber auch genau überlegen, ob einem das halt wirklich so viel wert ist, das Teil. So weit zu Platz Nummer drei. Kommen wir nun zu Platz Nummer zwei. Die Nostalgia liegt dort. Es haben sich sicherlich einige gedacht, dass die bei mir in den Top drei mit drin ist oder zumindest in den Top five mit drin ist. Die gefällt mir sehr gut. Das habe ich auch schon in den Streams gesagt. Mir gefällt generell diese ganze Nostalgia-Kiste sehr gut. Und das ist natürlich ein Muss. Das ist ein Muss. Für so einen mittlerweile ja fast schon alten Knacker wie ich. Preislich läuft es hier. Also mit drei Euro kann man da dann doch, denke ich, bedenkenlos zugreifen. Wobei, wir mal schauen, wie die aussieht. Wäre immer noch super, oder? Immer noch nice. Eine ist hier in Factory New, der für 30. Da oben ist noch eine für 6,22 Euro. Schaut dir mal diesen Unterschied an. Gut, die hat halt eine Wear von 0,57. Die von 5. Aber der Unterschied wird jetzt nicht gewaltig sein. So, und was ist jetzt eigentlich auf dem ersten Platz? Natürlich die Shallow Grave, aka P90 Lucky 13. Mein Lieblings-P90-Skin, den ich edlerweise sogar noch geschenkt bekommen habe. Mit dem Lucky 13, ne? Killer 13, Lucky 13, naja. Böse Stimmen behaupten ja auch, man hätte nur Glück mit der Waffe und bräuchte keinen Skin. Das kann man ja schon sehen. Ein sehr nicer Skin, der mir einfach gut gefällt. Der sogar als erster Platz preislich sehr gut mitfahren kann, so bei dem ganzen Rest. Also, da waren andere Plätze jetzt deutlich teurer. Selbst in FN 3,45 Euro. Wirklich kein Problem, wenn man da unbedingt das Teil haben möchte, kann man ja sicherlich noch einen guten Preis rauszwitschern. Und das war es auch wieder für dieses Top 10. Ich habe jetzt fast einen Monat lang keins mehr gemacht, weil halt COD kam und wir dann ziemlich viel anderes zu tun hatten. Aber natürlich kommen die jetzt auch wieder regelmäßiger. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und schon wieder im Livestream. 18 Uhr morgen geht es wieder rund. Haut rein. 10 Uhr morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017